Jetzt vielleicht. Da passt der Klasse auf. Das wird Abschluss geben. Jetzt vielleicht. Da macht er ihn rein. Klasse herausgespielt und dann lässt er sich die Chance natürlich nicht nehmen. Wieder ein Tor für den FC Barcelona und damit eine beruhigende Führung. Ich schätze, damit ist das Ding hier durch. Denke ich auch, Wolf. Klar ist die Partie noch nicht aus, aber nach dem Auftritt bisher ist das Ding durch. Kaum zu glauben.